Was geht Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Mai-Team-Karriere hier in F1 2021. Wir sind heute beim 14. Rennen unserer 7. Saison und zwar in Monza beim großen Preis von Italien auf der schnellsten Strecke der gesamten Saison und auch auf der bisher erfolgreichsten für uns in dieser Karriere. Vier Rennen konnten wir hier in Italien schon gewinnen und somit stehen die Vorzeichen natürlich ganz gut, aber wir dürfen uns darauf auch nicht ausruhen und müssen heute trotzdem alles geben, um den starken Verstappen auch wirklich schlagen zu können. Zumindest gehe ich davon aus, dass er im Rennen weit vorne dabei sein wird, obwohl mal wieder ein Hersteller-Upgrade von Mercedes angekommen ist. Obwohl bei Honda auch, oder? Ja ne, bei denen ist nichts passiert. Diesmal hat das glaube ich wirklich nur die Mercedes-Motoren betroffen. Ja, so ist es. Da macht Mercedes echt einen guten Job, wenn man das mit den anderen Herstellern vergleicht. Da können wir uns echt überhaupt nicht beschweren, was das angeht. Dennoch sind aber die Top 5 Teams hier in der Performance so gut wie gleich auf. Von daher kann man fest davon ausgehen, dass Verstappen wieder eine starke Leistung zeigen wird und dass er vor allem das schlechte Ergebnis aus der letzten Folge gut machen wollen wird. Regen erwartet uns nicht im Gegensatz zum letzten Rennen in Spa. Das ist ja auch mal ganz cool. Ich habe nichts dagegen. Ich hätte auch nichts gegen Regen gehabt. Ich glaube, dass wir so oder so hoffentlich gut dabei sein werden hier in Monza. Aber wie gesagt, wir dürfen uns nicht ausruhen. Wir müssen trotzdem voll pushen, als wäre es jede andere Strecke und als hätten wir hier nicht schon vier Rennen gewonnen. Weil die vier Siege, theoretisch, bringen uns jetzt auch nichts. Wir müssen trotzdem alles von vorne wieder gut hinbekommen. Und ich hoffe sehr, dass uns das gelingen wird. Oh, ein Fehler an der Bremsanlage und das ausgerechnet hier. Das müssen unsere Jungs auf jeden Fall fixen, sonst wird das eher schwierig. Ein bisschen Windschatten bekommen wir nochmal von Masepin auf dieser letzten Gerade oder gerade vor der letzten Kurve, besser gesagt. Das wird nicht schaden. Insgesamt war das eine gute Runde, würde ich behaupten. Aber jetzt nichts Weltbewegendes. Das muss es allerdings auch nicht sein hier in Q1. Jetzt hat Masepin eher geschadet in der letzten Kurve. Aber dennoch bin ich zuversichtlich, dass diese Runde reichen wird. Position 3, 6 Zehntel allerdings hinter Alonso. Aber vor Stroll und Verstappen wiederum. Okay. Oh krass, was ist da denn bei Max passiert? Der ist langsamer als zum Beispiel Schwarzmann. Stroll ebenfalls nicht viel besser. Das sieht man ja mal gar nicht. Was war denn los bei den allen? Ist das deren tatsächliche Pace oder ist da irgendwas schief gegangen? Scheinbar ist das deren wirkliche Pace. Verstappen konnte sich nochmal verbessern. Hat Schwarzmann immerhin geschlagen, aber für viel mehr als das hat es nicht gereicht. Er war sogar zeitgleich mit dem Russen, wird hier aber vor ihm gelistet. Starke Runde aber von Schwarzmann, ne? Alter, Platz 10, wow. Das sieht man echt nicht häufig. Das habe ich gerade gar nicht realisiert. Aber das ist eine mega Leistung vom Russen. Schumi auch ganz stark hier in seinem Wohnzimmer. Das freut mich mega. Und ich hoffe, dass er vielleicht ein Podium einfahren kann hier in Monza. Das wäre einfach nur genial. Und auch für die Konstrukteur-SWM natürlich cool. Sainz aktuell vorne für Ferrari mit einer 17-4. Wie nah können wir da rankommen? Oder können wir sogar schneller sein? Ich weiß es nicht. Lila war kein Sektor. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass das ganz für die Spitze reicht. Hoffentlich wird der Rückstand aber zumindest ein bisschen kleiner. Boah, nee. Ja, das ist schon viel. Sieben Zehntel fehlen uns, glaube ich, auf Zunoda, der jetzt zwischenzeitlich vorne ist. Mittlerweile konnten alle eine fliegende Runde setzen hier in Q2. Und wir sind auf dem achten Platz innerhalb der Top 10. Was ja reichen würde, um weiterzukommen. Allerdings gefällt mir dieser Rückstand auf die Spitze gar nicht. Aber das ist das, was ich vorhin meinte. Die vier Siege, die wir in Monza haben, die bringen gar nichts. Wir müssen uns hier neu unter Beweis stellen in diesem Jahr. Und das scheint schwieriger denn je zu werden. Denn bislang ist die Pace nicht so ganz da. Und das, obwohl ich die Runden eigentlich ganz okay fand. Die hatten jetzt alle keine Riesenfehler oder sowas. Die Red Bulls scheinen hier wirklich ernsthafte Probleme zu haben. Verstappen nur Elfter, Stroll nur Neunter. Schumi auf der 10 mit einem lila Mittelsektor. Aber interessanterweise. Ja, krass. Wir müssen definitiv aber nochmal rausfahren, würde ich behaupten. Das ist hier ein bisschen zu heikel. Oh, hoffentlich war das hier nicht unsere letzte Runde in diesem Qualifying. Es konnten sich nochmal einige verbessern. Und wir sind nur auf Position 11. Sind allerdings schneller unterwegs. Als auf unserer ersten Runde Parabolika nochmal gut mitnehmen. Ja, das war richtig gut. Etwa vier Zehntel konnten wir da nochmal finden. Das sollte reichen, um uns in die Top 10 zu bringen. Aber da, oh ja, Platz 4 sogar. Das war direkt ein guter Sprung. Aber vielleicht war das nicht. Mit dieser Verbesserung haben wir Lance Stroll hier aus dem Qualifying gekickt. Schumi schafft es auch nicht weiter. Nach seiner so starken Leistung vorhin in Q1. Also das ist echt verwunderlich. Verstappen konnte sich nochmal retten. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen die Klasse, in Anführungszeichen, von Verstappen und von uns. Dass wir es meistens schaffen, noch irgendwie was zu finden, wenn es drauf ankommt. Und ja, das ist halt das Entscheidende. Max auf einmal auch gar nicht mehr so weit weg von uns und von der Spitze. Also es ist noch alles drin hier an diesem Wochenende. Aber das wird kein Selbstläufer. Absolut nicht. Es sind sehr viele Fahrer, sehr schnell. Das wird unfassbar umkämpft. Und es muss eine perfekte Runde her in Q3, um auch nur im Ansatz eine Chance auf die Pole zu haben. Ganz okaye erste Runde, aber fehlerfrei war die nicht. Und das wird somit dann wahrscheinlich auch nicht reichen, um uns ganz vorne hinzubringen. Zumindest nicht nach diesem ersten Run. Aber wir haben gleich noch eine Runde auf frischen Softreifen. Von daher ist alles in Ordnung. Aber das reicht nicht. Damit ist sogar Verstappen vor uns, der ja echt Probleme hatte an diesem Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh ja, gute Runde. Richtig gute Runde. So, da haben wir uns auf jeden Fall das Beste zum Schluss aufgehoben. Das ist auf Pole-Niveau, glaube ich, oder? So vom Delta her. Das ist die Pole. Oh mein Gott. Wo kommt das her? Ich habe keine Ahnung. Ach du Scheiße. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, logischerweise. Danach sah es ja überhaupt nicht aus. Das gesamte Wochenende über. Wahnsinn. Wir sind aber einfach nach wie vor die Kings von Monza. Und die anderen müssen sich schon was Besonderes einfallen lassen, um uns hier zu schlagen, würde ich behaupten, auf dieser Strecke. Ah, crazy, Mann. 62.000. Da hatten wir Vorsprung auf Russell. Sainz auch nicht weit dahinter. Hinter Sainz ist dann aber schon eine größere Lücke zum zweiten Spanier Alonso. Verstappen nur siebter. Stroll ist nicht mal in Q3 gekommen. Schumi auch nicht. Also das ist heute echt eine Mega-Chance für uns. Ja, diese Runde, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Wirklich auf... In der letzten Sekunde hauen wir so eine Runde raus. Und davor waren wir nicht mal... Eigentlich nicht mal ansatzweise vorne. In Q2, okay, da haben wir schon mal so ein bisschen an den vorderen Plätzen geschnuppert. Aber dass das so gut wird... Wow, das hätte ich nicht gedacht. Heute haben wir die Möglichkeit zum fünften Mal in Folge auf einer einzigen Strecke zu gewinnen. Das kam noch nicht oft vor. Die Ausgangsposition ist aber optimal. Wir konnten uns die Pole-Position sichern. Knapp vor George Russell und dem Ferrari von Carlos Sainz. Wir drei hier an der Spitze sind echt sehr stark. Und ich gehe davon aus, dass auch der Sieg sich zwischen uns entscheiden wird. Alonso dann starker Vierter vor dem zweiten Ferrari von Leclerc und Yuki Tsunoda auf der Sechs. Verstappen nur auf Position Sieben vor Ricciardo Giovinazzi-Gasli. Und dem enttäuschend schwachen Stroll, der vor Lewis Hamilton ins Rennen geht. Michael Schumacher nur 13. Ocon auf der 14. Schwarzmann starker 15. Vor Jules Lundgaard, Aitken Schumacher eilet. Und die letzten beiden Positionen werden belegt von Mazepin und Latifi. Das nenne ich doch mal einen gewohnten Anblick hier auf dieser Strecke fast schon. Schauen wir direkt auf die Rennstrategie vor diesem Rennen hier. Das wird eine entspannte Einstopp. Das ist in Monza immer der Fall. Das Benzin können wir natürlich auch ordentlich runterstellen. Ich gehe nicht davon aus, dass das ein entspanntes Rennen für uns wird. Ich glaube schon, dass es hart umkämpft sein wird. Die Abstände sind unfassbar gering. Überholen ist perfekt möglich hier auf dieser Strecke. Das ist vielleicht, was das angeht, sogar die beste Strecke der gesamten Saison. Durch die vielen langen Geraden einfach. Da kann man perfekt sich an jemanden ransaugen und vorbeischießen, wenn man wirklich schneller ist. Also, wir werden es nicht leicht haben. Ich werde aber versuchen, alles zu geben, um hier heute ganz, ganz wichtige Punkte zu holen im Kampf um unseren zweiten WM-Titel. Alle unsere Kontrahenten sind eigentlich weit hinten. Und somit ist das heute echt eine Chance, um richtig viel gut zu machen in der WM. Ich hoffe, dass wir sie nutzen können. Let's go! Oh, starker Start von George Russell daneben uns. Der hat das richtig gut gemacht und setzt sich direkt mal vorbei auf dem Weg zur ersten Kurve. Wir können aber eventuell kontern hier außen. Vorsichtig, George natürlich genug Platz zu lassen. Er setzt sich aber durchaus und hat den etwas besseren Ausgang bekommen aus der ersten Schikane. Das ist nicht optimal. Ich hätte schon gerne diese Pole Position direkt verteidigt. Vielleicht können wir uns den ersten Platz aber wiederholen. In die zweite Schikane hinein. Jetzt gegen Russell, spät anbremsen. Vorsichtig mit dem Curb hier hin. Der ist ziemlich brutal. Das ist ganz, ganz langsam. Aber wir sichern uns die Führung wieder. Sehr, sehr gut. Kein optimaler Start. Aber wir konnten direkt kontern. Das ist ja auch schon mal was. Die drei Favoriten sind hier aber an der Spitze geblieben. Also wir, Russell und Sainz. Wir waren im Qualifying die stärksten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns auch im Rennen jetzt so ein bisschen absetzen können. Wir haben aber den ersten Platz inne. Wie ich aber schon erwartet habe, werden wir George hier nicht los. Das hätte mich echt gewundert, wenn wir uns hier absetzen hätten können. Nach einem so knappen Qualifying, in dem wir uns erst in letzter Sekunde wirklich an die Spitze geschoben haben. Jetzt könnte schon der erste Angriff von George kommen. Hier auf Start und Ziel. Guter Ausgang aus der letzten Kurve. Das ist absolut entscheidend, um eine Chance zu haben, hier vorne zu bleiben. Und das sieht ganz gut aus, obwohl man den Windschatten natürlich nicht unterschätzen darf. Ja, auf dieser Gerade. Und das DRS ebenfalls nicht. Russell holt sich den Windschatten aber nicht mal so richtig hier innen. Na gut, dann wird das natürlich easy, vorne zu bleiben. Oh, spätgebremst jetzt aber. Ja, ja, ja. Solche Fehler müssen wir vermeiden heute. Ich kann es aber wirklich nur immer wieder sagen. Ich habe da beim letzten Mal in Spa schon geschwärmt ohne Ende. Aber was Russell und normalerweise auch Gasly aus diesem Auto rausholen, was das vorletzte Auto im Feld ist in der Performance, das ist einfach nur Wahnsinn. Die kämpfen hier um Siege und um Podien in einem Auto, was eigentlich nicht mal um Punkte kämpfen sollte, so dumm gesagt. Also das ist echt verrückt. Oh Gott, das war nicht gut. Nur das ist auch eine schlechte Stelle für so einen Quersteher. Direkt am Anfang der Gerade. So viel Zeit hat es aber gar nicht gekostet. Wodurch Russell noch keinen Angriff probieren kann. Das ist sehr gut. Ich meine, klar, was die Performance angeht nochmal. Natürlich sind die Abstände da gering, ja. Aber trotzdem hat Alpha Tauri, wie viele, neun Teams vor sich oder so. Wo sind die alle, die theoretisch ein leicht stärkeres Auto haben? Die sind nirgends. Und die Tauris, die schaffen das echt immer wieder. Aber jetzt macht Russell echt zunehmend Druck. So knapp war das noch nie hier zu Beginn der Start- und Zielgerade. Wird das jetzt mal den ersten Angriff geben? Hoffentlich natürlich nicht. Diesmal holt Russell sich aber den Windschatten. Anscheinbar, dass da etwas möglich sein kann. Obwohl, ne, unser Topspeed ist schon ganz, ganz krass hier an diesem Wochenende. Da muss George noch näher dran sein, um was probieren zu können. Allmählich spitzt sich die Lage zu vorne. Wir bekommen jetzt überhaupt keine Ruhe mehr. George kommt richtig gut dran im Windschatten. Oh, das könnte jetzt das erste Mal wirklich richtig knapp werden. Der ist fast unmittelbar hinter uns im Eingang zur letzten Kurve. Wir dürfen uns jetzt aber nicht zu sehr unter Druck setzen lassen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, hier einen guten Ausgang zu bekommen. Wenn das gelingt, dann wird es Russell nämlich schwer haben. Obwohl er das DHS hat, obwohl er einen perfekten Windschatten hat. Unser Topspeed ist aber einfach unfassbar hier an diesem Wochenende. Auch natürlich durch das Upgrade, welches wir von Mercedes noch bekommen haben vor dem Rennen. Und das zeigt sich hier wieder. Der hat keine Chance, obwohl der so nah dran ist. Allmählich kristallisiert sich so eine kleine Führungsgruppe hier raus. Und lustigerweise sind die ersten, die da nicht mithalten können, die beiden Red Bulls. So langsam aber sicher wird es interessant, was den Boxenstop angeht. Kommt Russell jetzt vielleicht rein? Nein, wir müssen es eigentlich vermeiden, von ihm undercuttet zu werden. Das ist eine riesen Gefahr, wenn der so nah dran bleibt. Und somit müssen wir wahrscheinlich mit als Erste reinkommen. Und weiter hinten kommen auch schon die Ersten rein. Vielleicht ist das das Zeichen an uns, dass wir es jetzt am Ende dieser Runde an die Box schaffen sollten, machen sollten. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Und die Reifen bauen auch schon ab, wie ich finde. Das merkt man hier in den beiden Lesmo-Kurven immer extrem. Oh ja, wir haben auf der linken Seite schon über 30%. Das ist natürlich nicht mehr optimal. Volle Konzentration jetzt auf das Anbremsen. Ja, keine Strafe riskieren, aber auch ja nicht viel zu früh bremsen. Weil das echt wichtig werden kann gegen George Russell. Der draußen bleibt interessanterweise. Den Overcut hier versucht. Jetzt brauchen wir echt einen guten Stopp von unseren Jungs. Und dann vor allem eine optimale Outlip in freier Fahrt. Ansonsten könnte das schwierig werden gegen George. Ich weiß nicht, wie das bisher für euch aussieht. Ob es entspannt aussieht oder nicht. Ich kann euch aber sagen, das ist es nicht. Wir liegen zwar vorne die ganze Zeit und sind schnell genug auch, um uns da vorne zu halten. Aber Russell ist die ganze Zeit nah dran. Den werden wir absolut nicht los. Und von daher müssen wir die ganze Zeit voll konzentriert sein. Das macht die Sache natürlich nicht ganz so easy. Wir kommen raus auf Position 8. Und müssen jetzt alles geben in dieser einen Runde, um die Führung auch wirklich zu behalten. Oh! Nein! Als ob das unser Auto so zerlegt hat. Das war ein bisschen viel Curb hier in dieser zweiten Schikane, ja. Und der Curb ist verdammt aggressiv. Ah, wir nehmen da viel zu viel mit. Das war ganz klar mein Fehler. Da wollte ich es vermutlich ein bisschen überpushen. Und das hat unsere Seitenkästen und unseren Unterboden scheinbar ziemlich stark beschädigt. Hier sieht man jetzt nicht so viel. Aber auf der Schadensanzeige sieht man das. Oh, oh. Das könnte echt zu einem Problem werden. Ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt auf unsere Leistung auswirken wird. Es ist übrigens nur der Unterboden, der beschädigt ist. Es ist nicht so sehr die Seitenkästen, wenn ich das richtig interpretiere. Das wird vor allem, was den Top Speed angeht, glaube ich nicht so geil sein, wie man hier jetzt auch schon sehen kann. Da kommt Carlos Sainz angeschossen. War das vielleicht der entscheidende Fehler in diesem Rennen? In diesem so engen, so spannenden Rennen, in dem man sich eigentlich keine Fehler erlauben darf. Rad an Rad mit Sainz durch Ascari. Das war ganz, ganz langsam und gibt auch Fernando Alonso jetzt die Chance hier auf der Grade in Richtung Parabonica. Zu dritt nebeneinander geht es in die letzte Kurve. Können wir uns durchsetzen vor der Start- und Zielgerade? Jetzt ja nicht untersteuern. Wir haben da die zwei Jungs neben uns und setzen uns irgendwie durch, weil wir die Innenseite hatten. Schnell war das aber natürlich nicht. Ich bin mir fast sicher, dass George Russell sich die Führung schnappen konnte. So ist es und nicht nur er ist vorbei an uns. Auch Daniel Ricciardo. Das war jetzt eine ganz, ganz teure Runde. Das ist aber noch kein Problem. Vorausgesetzt, wir haben jetzt die Pace mit dem Schaden. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Boah, aber das ist schon extrem brutal, ne? Warum ist der Curb da so fett? Also das ist ja wirklich heftig. Und der war auch früher, glaube ich, nicht so, oder? Da wurde irgendwie was dran geändert mal. Ich kann mich dran erinnern, dass man in anderen Spielen da echt gut drüberballern konnte in der Schikane. Über diesen Curb. Aber hier geht das absolut nicht und wird auch direkt knallhart bestraft. Ja, verloren ist noch nichts. Wir sind zwar nicht mehr so schnell wie vorhin noch, aber schnell genug, um da mitzuhalten. Vielleicht ergeben sich ja noch Chancen im Laufe des Rennens. Wir haben noch ganz schön viel vor uns nämlich. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Neue, schlechte Rennrunde. Auch durch das DRS, welches wir auf Daniel hatten. Und der möchte jetzt die Führung dieses Rennens haben. Russell macht innen aber komplett dicht. Ricciardo muss es außenrum vorbei probieren. Rad an Rad die beiden. Hier in der ersten Kurve können wir da mit einem Switchback irgendwie vorbeiziehen. Ne, und das war auch kein guter Switchback. Es war mehr ein Versuch, der aber nicht so ganz geklappt hat. Jetzt saugen wir uns aber ran im Windschatten von beiden. Und haben zumindest gegen Ricciardo eine gute Chance. Jetzt in die zweite Schikane hinein. Können aber nicht ganz so spät bremsen. Weil Russell da vorne ist. Außenrum vorbei. An Ricciardo. Oh ja, sehr starker Move gegen den Australier. Und wir schieben uns wieder auf den zweiten Platz. Come on, man. Noch ist gar nichts verloren hier. Jetzt haben wir halt den großen Vorteil, dass Russell vor uns kein DRS hat. Das wird das Überholmanöver, wenn wir mal nahe dran sind, nicht ganz so schwer machen. Da aber nah genug ran zu kommen, ist das schwieriger. Riesenfehler hier in Ascari. Das kann natürlich auch am Schaden liegen. Oder es war einfach nur schlecht gefahren. Wahrscheinlich war es einfach nur schlecht gefahren. Ricciardo hat jetzt die Chance. Außen in der letzten Kurve. Da wird er es schwer haben. Unmöglich ist das aber nicht. Und das macht Ricciardo auch richtig gut. Zieht da voll durch. Und setzt sich zwischenzeitlich wieder vor. Uns allerdings können wir vermutlich kontert. Hier auf Start und Ziel. Richtig geiles Racing gegen den Mercedes-Piloten. Gegen den Rennsieger schon hier in dieser Saison. Wir ziehen wieder vorbei. Und sind irgendwie, trotz dieses ganzen Zeugs, was da jetzt passiert ist, näher rangekommen. An Russell. Oh, ich traue mich jetzt aber gar nichts mehr hier in dieser Schikane. Das war am gesamten Wochenende schon schwierig. Auch im Qualifying. Aber jetzt, da wir gesehen haben, wie hart das bestraft werden kann, wenn man da mal drüber räubert über die Curbs. Jetzt, ja, jetzt ist mein Selbstvertrauen da komplett weg. Und das Rennen auch fast riesen, riesen Fehler am Ausgang aus der zweiten Lesmo-Kurve. Und wir sind noch irgendwie im Rennen. Ich wage einfach mal zu behaupten, dass das vielleicht so eine Folge des Unterbodenschadens ist. Das Auto ist viel unkontrollierbarer, wie ich finde. Es ist zwar schnell, wenn man es gut hinbekommt, aber es ist nicht so leicht, es gut hinzubekommen wie davor noch, wenn ihr versteht. Und dann, ja, bricht das Auto schon auch gut und gerne mal aus am Ausgang aus so einer entscheidenden Kurve. Und das war es auch noch nicht ganz vermutlich an Plätzen, die wir verloren haben. Da hinten kommt nämlich Fernando Alonso an, der viel, viel besser rausgekommen ist auf die Gerade. Die Strecke ist an dieser Stelle aber eigentlich nicht breit genug für drei Autos. Und somit bekommt Fernando da keine Chance. Dennoch haben wir aber zwei Positionen verloren. Sind jetzt erstmals in diesem Rennen nicht auf dem Podium. Was natürlich nicht optimal ist. Vielleicht können wir uns aber zumindest den dritten Platz wieder schnappen gegen Ricciardo, der sich hier nicht entscheidend absetzen konnte innerhalb der wenigen Kurven, in denen er jetzt vor uns war Rad an Rad mal wieder so hype mit dem Australier in der letzten Kurve. Das ist schon geiles Racing. Dafür ist Monster eigentlich bekannt, dass man hier unfassbar gute Duelle haben kann auf diesen langen Geraden. Und von denen bekommen wir auf jeden Fall einige hier in diesem Rennen. Ja, und nach wie vor sind wir noch dabei im Kampf um den Sieg. Das ist eigentlich unfassbar nach all dem Zeug, was uns schon widerfahren. ist, aber die Chance ist immer noch da. Und wir haben auch noch genügend Runden, um da wieder ranzukommen. Müssen jetzt aber erstmal ein bisschen Ruhe reinbekommen. Das Problem ist, dass wir gar keine Ruhe reinbekommen können, wenn Ricciardo hier so nah dran ist und ständig irgendwelche Angriffe fährt. Wir saugen uns ganz gut ran an Sainz. Ich weiß nicht, ob er das DRS haben wird auf Russell. Vermutlich aber nicht. Nee, eigentlich nicht, wenn man sich da den Rückstand anschaut. Somit wird das jetzt ein ziemlich leichter Move hier auf Start und Ziel, würde ich vermuten. Wir sind sehr nah dran, haben einen viel besseren Topspeed ohnehin schon. Und dann kommt auch noch der Windschatten und das DRS dazu. Ja, da kann Sainz überhaupt nichts machen hier bei Ferraris Heimrennen. Und jetzt sind wir auf einmal doch wieder in Schlagdistanz von Russell. Come on, man, wir können das Ding noch gewinnen. Vielleicht ja jetzt mal. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Wir sind in etwa vier Zehntel dahinter. Zu Beginn der Start und Ziel gerade. Müssen die letzte Kurve jetzt gut hinbekommen. Da hat es Russell ein bisschen leichter in freier Fahrt. Und ohne eines beschädigten Unterbodens. Trotzdem haben wir es aber ganz okay gemacht. Und werden jetzt die Chance bekommen, um die Führung dieses Rennens wieder zu erobern. Nachdem wir sie verloren haben. Nach dem Boxenstopp. Sehr, sehr gut. Wir ziehen an Russell vorbei. Aber das heißt noch nichts. Wir waren schon mal vorne hier in diesem Rennen. Und haben es dann so ein bisschen weggeschmissen durch den Fehler auf der Outlab. Das darf jetzt nicht nochmal passieren. Russell wird aber mit Sicherheit nicht locker lassen. Da bin ich ganz fest überzeugt von. Das haben wir im ersten Stint ja schon feststellen müssen. Oh, oh. Das wird knapp. Kommt direkt eine Runde nach dem Überholmanöver. Der Konter von George Russell. In etwa so weit waren wir hinter ihm, als wir ihn überholen konnten in der letzten Runde. Das sieht aber nicht ganz so gut aus für George. Wir bleiben mal hier innen. Um da ja nichts anbrennen zu lassen. Spät gebremst. Aber das war eigentlich genau richtig. Um ihm da keine Möglichkeit zu geben. Sehr gut. Drei Runden noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist aber bei weitem kein fehlerfreies Rennen heute. Offensichtlich nicht. Aber solange das am Ende reicht, ist es mir ehrlich gesagt egal. Das sieht wieder nicht so verkehrt aus für Russell. Wir beginnen die 26. von 27 Runden hier in diesem Rennen. Er ist zwar nah dran, ähnlich wie vorhin. Diesmal verteidigen wir aber nicht. Das war nämlich vorhin fast ein bisschen unnötig. Während wir weiter hinten im Feld eine gelbe Flagge haben. Da ist jemand abgeflogen in Ascari, oder? Und zwar einer der beiden Aston Martin-Piloten. Entweder Latifi, mit dem wir on board sind. Oder sein relativ neuer Teamkollege Lundgart weiter vorne. Es ist Latifi. Und da hat er echt Glück, noch im Rennen zu sein. Oh oh. In dieser Position waren wir doch schon mal hier in Maunze. In dieser Karriere haben wir einmal fast in der letzten Kurve des Rennens den Sieg an Verstappen verloren. Und einmal haben wir ihn sogar verloren in dieser letzten Kurve. Das war allerdings damals in F1 2020 noch. Heute müssen wir das besser machen. Müssen voll konzentriert sein. Und das Rennen ist wirklich erst vorbei, wenn wir in der nächsten Runde hier an dieser Stelle vorbeikommen. Davor nicht. Und davor brauchen wir uns hier gar nicht zu feiern. Weil wir schon oft genug erlebt haben, dass die Feier dann auch schnell vorbei sein kann. Wenn man sich zu früh freut. Bringen wir das Ganze hier seriös zu Ende. Es war ein schwieriges. Es war ein hart umkämpftes Rennen. So wie ich es erwartet hatte. Vor dem, äh, nach dem Qualifying, sorry. Und eigentlich auch schon vor dem Qualifying. Das war klar, dass das hier eine enge Nummer werden würde. Auf einer solchen Strecke mit so vielen Autos, die eine ähnliche Pace haben. Es sieht aber so aus, als würden wir uns am Ende durchsetzen. Als wäre unsere Pace die beste gewesen. Allerdings dürfen wir uns auch nicht zu sicher fühlen. Russell macht hier Druck. Der ist mega schnell gewesen. Am gesamten Wochenende war ein Qualifying nicht weit weg. Hat im Rennen lange geführt. Hat lange echt viel Druck gemacht. Zu Beginn schon, als er uns am Start überholen konnte. Und dann auch nach dem Boxenstopp. Er kommt nochmal ran. Aber das wird nicht reichen, um sich hier innen vorbei zu bremsen. Weil der Bremspunkt auch nicht so stark ist für Asghari. Russell ist aber unfassbar nah dran. Oh Gott, jetzt kommen die Flashbacks so langsam hoch. Von den letzten Saisons, die wir hier so erlebt haben. Von den letzten Enttäuschungen, die wir erlebt haben. Hier in Monza. Da kommt Russell ran. Wird es probieren. In diese letzte Kurve hinein. Wir dürfen nicht zu früh, nicht zu spät bremsen. Bremsen ein bisschen zu spät. Da macht natürlich auch der Unterbodenschaden uns keinen Gefallen. Der tut uns keinen Gefallen. Russell ist neben uns. Oh Gott, was sind das immer für letzte Kurven hier in Monza. Aber wir schaffen es. Oh mein Gott. Ey, das wäre es fast wieder gewesen. Ey, unglaublich. Mann, was ein Finish. Aber es sind mega wichtige Punkte, Mann. Verstappen war nicht weit vorne. Schumi auch nicht. Stroll auch nicht. Das waren echt ein paar Big Points heute. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Was haben Sie heute in diesem äußerst schwierigen Rennen bloß für einen Aufwand betreiben müssen? Boah, weniger als eine Zehntel hat das Ding am Ende entschieden. Na, GG an Russell. Das war echt ein Mega-Rennen von ihm. Ich sag's nochmal, in so einem Auto halt. Das ist eigentlich, das ist wirklich Wahnsinn, dass der überhaupt so ein Rennen fahren kann mit dem Ding. Und zeigt, was er fahrerisch drauf hat. Schumi holt am Ende immerhin ein Pünktchen. Das ist zwar nicht gut, aber ein Punkt ist weniger als keiner, sagen wir es so. Verstappen-Sipp da am Ende für Red Bull, da wo er gestartet ist. Stroll. Oh, der muss... Was ist denn bei Stroll passiert? Oh, der ist ausgeschieden. LOL. Das hab ich ja gar nicht mitbekommen. Der hatte aber die schnellste Rennrunde sogar. Okay. Da steht aber auch nichts hier bei den Ereignissen, was Stroll angeht. Also das muss wirklich irgendwie ganz am Ende des Rennens gewesen sein. Ja, sehr interessant. Sehr interessant. Aber umso besser natürlich für die Konstrukteurs. Nur ein Red Bull hat Punkte geholt. Nämlich Verstappen. Und dann auch nicht besonders viele. Was ein Wochenende. Echt unfassbar schwarzmannstarker 13. Der war ja im Qualifying, vor allem in Q1, schon ganz gut. Also eine Mega-Leistung von ihm in der Fahrer-WM. Sieht das Ganze jetzt so aus. 65 Punkte haben wir Vorsprung auf Max Verstappen. 81 auf George Russell. Wow. Also das ist schon krass. Und eigentlich umso heftiger, dass das in so einer Saison der Fall ist. Das hier ist nämlich... Also wenn man die Saison vergleicht mit unseren letzten und mit den Ergebnissen der letzten Saisons. Dann ist das die schlechteste. Wir haben jetzt erst in Anführungszeichen vier Rennen gewonnen von 14. Und führen die WM aber an mit 65 Punkten Vorsprung. Das ist echt Wahnsinn. Aber ich finde, wir haben uns das verdient. Wie oft sind wir knapp gescheitert am Titel. Wie oft hatten wir Pech. Und jetzt geht vieles für uns in dieser Saison. Aber das haben wir uns auch einfach mal verdient. Ich finde das ganz ehrlich so. Und bin echt froh, dass wir das so souverän anführen können. Aber noch ist der Job natürlich nicht zu Ende gebracht. Noch haben wir hier keine zwei WM-Titel neben unserem Namen stehen. Also da ist noch einiges an Arbeit vor uns. Und da werden auch noch einige Wendungen kommen. Ich bin mir sicher. Aber okay, 65 Punkte. Das ist schon ein guter Vorsprung. Also da braucht man jetzt auch gar nichts anderes zu sagen. Und in der Konstrukteurs-WM sind es 72. Wir hatten zum Beispiel in der vierten Saison und in der sechsten. Nach dem Rennen in Monza jeweils schon fünf Siege. Also mehr als jetzt. Sind aber in den beiden Saisons nicht mal Weltmeister geworden. Also das zeigt wirklich, wie überraschend das ist. Ich finde das auch wirklich überraschend. Wir hatten auch schon drei punktelose Rennen hier in der Saison. In Frankreich, Baku und Monaco. Und führen das jetzt an mit über 60 Punkten. Also das ist echt ziemlich surreal. Aber es freut mich mega. Wirklich mega. Ich meine, ich möchte es nochmal erwähnen. Wie viele Enttäuschungen hatten wir schon in der Saison. Und von daher ist das einfach nur gerecht. Dass wir jetzt mal eine Saison haben, in der echt vieles für uns läuft. Auch nicht alles. Und es ist noch nicht vorbei. Das ist klar. Aber es sieht sehr gut aus. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen jetzt bei dieser Folge der MyTeam-Karriere. Lasst gerne den Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder in Russland. Auf einer Strecke, auf der wir in der vergangenen Saison ja gar nicht unterwegs waren. Somit freue ich mich echt, die mal wieder zu sehen und dort zu fahren. Ich hoffe natürlich, dass wir ein weiteres starkes Ergebnis einfahren können. Vielen Dank fürs Zuschauen jetzt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.